so geht er gleich gut los hier frühes tor das wird interessant hier schneller spielen dann können sie die defensive überraschen könnte der ausgleich werden sie lassen diese ausgleichschance legen hat das ding müssen sie nutzen da zieht er ab und er geht fast noch rein und das aus diesem winkel jetzt der versuch der ausgleich jetzt wird sie spannend da ist natürlich klasse für die zuschauer daheim das ist eine richtig interessante partie klasse pass ecke liverpool liverpooler platz aus der ente keine schlechte chance aber vorbei ach da war vielleicht sogar mehr drin er wird gut gekommen aber der spiel schweinsteiger schweinsteiger gute aktion vom keeper er verhindert hier einen späten rückstand war das wichtig vielleicht hat er ihn genau damit das unentschieden und nun ein schuss sie stehen hier natürlich unter druck deshalb vielleicht auch der schwache abschluss hier buschi na klar wolf dass du irgendwann ans nachdenken kommst das d d d d d d d Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020